Und schauen Sie sich das Motodrom an mit diesem Classement. Also die geben alles, um unseren Spannungsbogen so in Hitchcock-mäßige Richtungen zu dirigieren. Eriksen Fahrfuß, zweimal BMW. Paffet auf drei. Müller, Rast, Glock, Wehrlein, Green, Freins, Duval, die Top Ten. Spengler, Mortara, Auer, Rockenfeller und die Rester nur auf 15. Philipp Eng auf 16, Hunkadea und Wittmann nach seinem Kiesbett-Ausflug nur auf der 18. Position. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017